In meinen Augen ist der Nutzen, dass ich in sehr kurzer Zeit sehr viel erreichen kann, sehr viel verändern kann für ein Kind, Sachen klären kann und in eine ganz andere Richtung bringen kann und das in kurzer und intensiver Zeit. Ich bin Sabine, ich bin 47 Jahre alt, ich habe keine Kinder, ich habe die letzten acht Jahre in Asien gelebt, habe dort ehrenamtlich in einer Vorschule gearbeitet und bin jetzt nach Deutschland zurückgekommen und dadurch, dass ich keine Ausbildung habe in Richtung mit Kindern zu arbeiten und ich festgestellt habe, dass mir das sehr gut liegt und dass da mein Talent liegt, habe ich einen Weg gesucht, eine Ausbildung hier in Deutschland zu machen, die vielleicht nicht die ganz klassische Erzieherausbildung ist und habe dann recherchiert und bin so auf IPE und Kids Coach gekommen. Die Methoden, die wir hier gelernt haben, sind absolut neu für mich und es ist ein sehr intensives Erleben, was das bewirkt, es sind tolle Erfahrungen auch für einen selber oder für mich selber und es ist sagenhaft. Also ich bin völlig geflasht. Ich finde das Seminar super, weil so viel Teamarbeit stattfindet, in kleineren Gruppen werden diese Übungen durchgeführt und ich kann mich aufräumen. Es ist eine sehr herzliche und offene Atmosphäre zwischen den Teilnehmern. Man lernt auch von den anderen, auch von den Geschichten der anderen, von seinen eigenen Geschichten und das macht das so lehrreich und intensiv, sehr harmonisch. Also es ist eine super Atmosphäre auch im Team. Auch durch die Arbeit im Team natürlich, ja. Ich freue mich total, morgens hier hinzukommen und diese Musik zum Beispiel ist vertraut. Jeder strahlt mich an, ich strahle jemanden an. Man freut sich schon auf die neue Information, auf die neue Methode. Man freut sich auf diesen Freiraum zusammen üben zu können. Ich freue mich auf die Gespräche, die während einer Kaffeepause stattfinden. Und es ist alles sehr konstruktiv und ist einfach super. Man findet fast wie neue Freunde, würde ich sagen. Und Gleichgesinnte auch, ja. Also wie der Daniel das macht, das ist für mich sagenhaft. Das ist schon genial. Der hat mich abgeholt. Ich klebe den ganzen Tag an seinen Lippen, an seinen Augen. Ich kann kaum erwarten, was er mir als nächstes erzählt. Ich bin einfach total fasziniert. Ich bin auch fasziniert davon, wie er Sachen erklärt oder darstellt. Und ich ganz sicher weiß, das werde ich nie mehr vergessen. Das ist sagenhaft. Das habe ich noch nie vorher erlebt. Das ist ein Scheib-Kanal. Das ist ein Mensch. Das ist ein Mensch. Es ist ein Mensch. Das ist ein Mensch.